Herzlich Willkommen im VRT- und VKU-Zentel hier in Gossau. Wir sind hier im Schützenhaus und bieten euch den VRT- und VKU-Kurs an. Ich bin Sven Eckischweiler von Gossau und ich übergebe jetzt gleich das Wort dem Hansjörg. Ich bin Hansjörg Bölsterli, ebenfalls von Gossau. In diesem Schützenhaus bieten wir Verkehrskunden an, und zwar etwa 12 Mal im Jahr. Ausserdem bieten wir bei den Kategorien alles an, was Motorrad ist, vom Scooter bis zum Motorrad. Dann B, Kategorie B, Personenwagen, BE, Anhänger und BBT, Taxi. Wir sind hier im Schützenhaus. Eine sehr grosse Angelegenheit. Ihr seht, wir haben hier eine Hochzeitnahme, Mitte und selbstverständlich für VKU. Wir haben sehr grosse Räumlichkeiten mit WC-Anlagen und Getränken, die wir unseren Schülern offerieren. Ich übergebe das Wort dem Hansjörg. In diesem Lokal können wir nicht nur, weil es ja das Schützenhaus ist, eine treffsichere Theorie anbieten, sondern wir sind auch sehr zentral gelegen. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Und ganz speziell, wir führen alle Schüler nach dem Verkehrskundenabend persönlich nach Hause. Das war die erste, wir sind noch ein paar Jahre. Das war der erste, uns in der Haard in der Haard in der Haard in der Haard in der Haard. Wir haben heute andere als bei der Haard in der Haard. Wir haben heute alles in der Haard.